Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. Hey, 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 wir sind's wieder, die Jungs vom Event Rookie mit einer neuen Folge des Event Rookie Podcasts. Hi Simon. Hallo Joel, das war eine schöne Ansage, das hat mich gefreut. Ja, beim dritten Versuch hat's dann auch geklappt. Es sind die einfachen Dinge, die einen manchmal zum Stolpern bringen. Ja, es ist ja richtig, es ist aber bei mir auch so, wenn ich irgendwie die Begrüßung sozusagen mache, man will ja nicht immer das Gleiche sagen und dann überlegt man sich immer vorher, was kann ich denn jetzt sagen und so weiter und ja, das ist dann immer so, manchmal stolpert man dann. Ja, man hätte jetzt irgendwie halt den Bogen spannen müssen zwischen neuer Podcast Episode und Neuigkeiten. Ach, aber das ist mir zu kompliziert, das musst du erklären. Neues Jahr, neues Glück. So, hä, warum neues Jahr? Weil es gibt Neues, hey. Genau, wir haben, wie ihr vielleicht schon hier quasi in dem Namen des Podcasts oder dieser Folge lesen konntet, präsentieren wir euch ein paar Neuheiten aus der Veranstaltungstechnik, aus der Veranstaltungsbranche und so weiter. Hat den Hintergrund, dass wir vor kurzem unser Neuheiten-Sonderheft präsentiert haben, was ja im Endeffekt eigentlich ein Heft ist, was es so in normalen Zeiten nicht unbedingt geben würde, weil wir ja eigentlich immer ein ProLight & Sound-Sonderheft produzieren, was wir dann auch auf der Messe selber verteilen, was wir an unsere Abonnenten verschicken. Auch da können natürlich unsere, ja, oder beziehungsweise die Hersteller, Dienstleister und so weiter aus der Eventbranche ihre Neuheiten präsentieren. Und da es keine ProLight & Sound dieses Jahr gibt, haben wir aus dem ProLight & Sonderheft erneut ein Neuheiten-Sonderheft gemacht. Das haben wir im letzten Jahr schon, ich sage jetzt mal relativ ad hoc entschieden, weil da ja, ja, zwischen Messe wird verschoben, Messe wird abgesagt, da war halt relativ wenig Zeit dazwischen. Dieses Jahr hatten wir durch die relativ frühe Absage der ProLight & Sound doch ein bisschen mehr Vorlaufzeit und haben uns aber dazu entschlossen, dieses Sonderheft trotzdem wieder zu machen. Einfach, ja, weil es trotzdem viele Neuheiten gibt und Neuigkeiten zu berichten gibt und es denken zwar ganz viele, okay, jetzt ist irgendwie Pandemiezeit und kein Hersteller präsentiert was Neues. Den ist aber überhaupt nicht so, sondern es gibt wirklich, ja, viele Unternehmen, die Neuigkeiten zu präsentieren haben. Es gibt sogar neue Firmen, es gibt, ja, ich sage jetzt mal neue Firmenzusammenschlüsse, es gibt große Firmen, die kleinere Firmen geschluckt haben. Also wie gesagt, es gibt echt viel zu berichten, vieles lest ihr bei uns in unserem Neuheiten-Sonderheft, was es übrigens zum kostenfreien Download auf unserer Webseite gibt, www.leikro.de. Dort, wie gesagt, kann man das ganz einfach als PDF-Dokument kostenfrei downloaden und da vieles erfahren. Wir wollen aber trotzdem in dieser Podcast-Folge natürlich schon mal auf ein paar Dinge eingehen, die es so Neues gibt. Jetzt möchte ich dich, bevor wir in die Tiefe gehen, kurz loben, dass du einfach sagst, ihr habt es ja im Titel vom Podcast gelesen. Ich hasse Podcasts, die da so ein wahnsinns Geheimnis ums Thema machen, obwohl es in der Überschrift steht, in der Beschreibung vom Podcast steht, aber dann erst mal zehn Minuten rumtun. Ich weiß gar nicht, ob wir das je auch gemacht haben, aber ich hoffe nicht. Es ist so schlimm, wenn man dann zehn Minuten rumtun, oh, was könnte denn heute das Thema sein? Es steht da, als ich draufgeklickt habe. Ja, ja, also danke, Simon. Sehr gerne, doch, das war mir ein Fest. Da müssten wir jetzt einfach nur diese Podcast-Folge irgendwie Lirumlarum nennen, das wäre toll. Ach, Leute, ihr habt es ja schon gesehen, es geht um Lirumlarum. Ja, ja, so Fülltext. Ja, Y-Y-Y. Nee, aber du hast es gesagt, Neuheiten statt dem Proleit & Sound Sonderheft und man könnte meinen, es liegt alles brach, aber es ist nicht so. Es passiert wirklich viel. Es ist wirklich, also es ist wirklich sehr, sehr faszinierend, finde ich, und auch gerade, ich weiß nicht, ob das so die Aufbruchstimmung ist, aber gerade in diesem Jahr oder Anfang diesen Jahres jetzt, tut sich wirklich einiges. Ich fand so letztes Jahr Richtung, ja, Herbst, Winter, da waren wirklich sehr, sehr viele, auch Hersteller und Vertriebe und alles mögliche, Dienstleister, waren da noch ein bisschen bedeckt und nee, und da kommt nichts oder na, wir wissen nicht. Jetzt mittlerweile ist es wirklich so, dass man immer wieder liest, hey, hier ist ein neues Produkt, da ist eine neue Firma und das finde ich echt absolut super. Wir haben zum Beispiel von Robe, die haben sogar, glaube ich, eine ganze neue Serie auferlegt, zumindest haben wir den Spotty bekommen, ein sehr kleines, schönes, feines Spot Moving Light hatten wir zum Testen in unserem Teststudio. Geht einfach mal weg von diesen, es muss noch größer sein und noch bombastischer, ist auch wirklich gar nicht unbedingt dafür angedacht, dass es jetzt auf den größten Bühnen der Welt, beim ESC oder sonst wo im Einsatz ist, sondern ist wirklich mehr so back to the roots für kleinere Anwendungen, für Club-Installationen, für kleine Theater gedacht. Hat mich auch wirklich gefreut, einfach mal wieder einen Scheinwerfer in der Hand zu haben, den ich mit einer Hand tragen kann oder mit einem Arm, weil sonst ist es wirklich manchmal sehr, sehr kompliziert, die neuesten Geräte da irgendwie zu transportieren, weil sie einfach weit über 30 Kilo wiegen. Wie gesagt, der war jetzt mit, glaube ich, knapp 11 Kilo oder so angenehm zu tragen, angenehm zu steuern, hat super Funktionen und wie gesagt, das ist so ein Ding, das wurde jetzt Anfang des Jahres neu präsentiert. Kurz darauf, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie der Name war, aber wurde noch ein weiterer neuer Scheinwerfer von Robe präsentiert. Wie gesagt, den Spotty haben wir, hatten wir im Test, befindet man in unserer Ausgabe 4 2021, die, ich glaube, Ende Mai erscheinen wird. Wie gesagt, da sieht man schon, okay, da tut sich etwas. Wie gesagt, gibt auch viele, viele andere Unternehmen, die die neue Dinge präsentieren. Ich glaube, gelesen zu haben, dass Kling und Freitag jetzt irgendwie einen neuen Lautsprecher präsentiert hat. Also wie gesagt, da kommt ein bisschen was auf uns zu. Also zum einen möchte ich sagen, ich finde Spotty einen wundervollen Namen. Ja. Das klingt so süß. Ja. Und beschreibt ja dann auch ein kompaktes Produkt. Absolut. Es ist ein Spotlight und es ist halt kleiner. Also kleine Spotty, Spotty. Schön. Und ich glaube, das ist eine gute Idee, zum jetzigen Zeitpunkt was kleines Kompaktes rauszustellen, weil höher, schneller, weiter ist halt gerade nicht. Sondern wir müssen halt erstmal gucken, welche Veranstaltungen denn umgesetzt werden können. Die Zuschauerzahlen werden eventuell geringer sein. Nicht, weil die Nachfrage nicht da wäre, sondern weil man Abstandsregeln einhalten muss, weil man Hygienekonzepte umsetzen muss. Und da ist es vielleicht nicht dumm, Produkte anzubieten, die halt ein etwas sparsameres, kompakteres Setup bedienen. Ja, definitiv. Also ich bin auch sehr froh, dass letztens ein Hersteller auf mich zukam aus dem Audio-Bereich und gefragt hat, ob ich nicht mal irgendwie einen Bericht über batteriebetriebene Lautsprecher machen möchte. Weil da jetzt quasi auch bei dem gewissen Hersteller, die haben auch ein neues Produkt im Portfolio. Und auch die Idee fand ich einfach super, weil es auch das jetzt gerade zur Zeit echt gut passen würde. Weil gerade wenn jetzt der Sommer so langsam aber sicher kommt, wird es noch nicht so sein, dass es riesengroße Festivals gibt. Sondern es wird bestimmt viele Kleinkünstler geben, die jetzt erst recht Geld verdienen müssen, die vielleicht auch ein bisschen mehr Straßenmusik machen. Vielleicht auch kleinere Bühnen wird es vielleicht in Städten verteilt geben, wo unterschiedliche Darbietungen sind. Und da ist halt nicht immer viel mit Strom. Und wenn man dann natürlich hochwertige Lautsprecher hat, die aber batteriebetrieben sind, ist es einfach super. Und diese Idee habe ich auch angenommen oder dankend angenommen und werde da in einer der nächsten Ausgaben drüber berichten über das ganze Thema. Wie gesagt, weil das Thema batteriebetriebene Scheinwerfer gibt es ja nun schon länger und auch wirklich mit sehr, sehr großem Erfolg. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn ein namhafter Hersteller hinter batteriebetriebenen Lautsprechern steckt, dass das auch sehr erfolgreich sein kann. Wie gesagt, vor allem in der jetzigen Zeit und Situation, aber halt auch in der Zukunft. Also gerade auch im Heimgebrauch oder so. Also wenn man irgendwie eine kleine Feier machen will, da ist halt nicht immer irgendwo mit Strom an Schluss. Wie gesagt, bis jetzt war halt einfach nur das Problem, dass sich nicht so wirklich namhafte Hersteller an das Thema gewagt haben. Und ja, ich sage jetzt mal irgendwie für 3,95 Euro aus Konrad Electronics wollte man sich jetzt auch nicht so ein Ding irgendwo hinstellen. Aber ich glaube, da wird vielleicht in naher Zukunft auch noch ein bisschen was passieren. Und das finde ich auch wieder ein tolles Zeichen, wie man auch auf so neue Situationen eingeht. Also ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass viele Hersteller durch die Pandemie komplett neue Produkte entwickelt haben oder wie auch immer. Sondern ich kann mir vorstellen, dass da einige Produkte auch schon ein bisschen länger in der Schublade lagen. Aber einfach, wie gesagt, dass noch nicht wirklich angegangen wurde und dass das jetzt halt angegangen wird. Aber dass man halt so schnell auf neue Situationen eingehen kann, dass wie gesagt Events vielleicht kleiner werden, vielleicht einfach verlagert werden oder wie auch immer. Das ist echt toll zu sehen und ist ja auch mehr oder weniger eine Neuheit. Komplett. Und man hat ja auch ein paar Variablen, die man einfach fix weiß. Das heißt, wenn ich ein Konzert habe, weiß ich, das geht maximal zweieinhalb Stunden. Das heißt, ich organisiere meine Batterien in der PR halt so, dass sie auf jeden Fall zweieinhalb Stunden durchhalten mit vorab gedudelt in etwas leiser und so weiter. Ähnlich wie es ja bei den Scheinwerfern auch ist, dass ich halt festlegen kann, okay, das Licht muss für sechs Stunden funktionieren. Also darf es nicht heller leuchten als dieser Wert, damit es diese sechs Stunden auch wirklich durchhält. Und ja, das ist doch super, weil man hat diese Variablen, also kann man genau festlegen, das und das muss ich leisten. Und wenn das umgesetzt werden kann, ist doch super. Ja, das denke ich auch. Also wie gesagt, ich bin auch sehr gespannt, wie gesagt, auch auf diverse Testprodukte, die ich da vielleicht dann irgendwann in naher Zukunft noch geliefert bekomme. Ob die halt, wie gesagt, genau auch so eine, ja, solche Limiter, nenne ich es jetzt mal, auch im Programm haben, wie halt wirklich bei den Scheinwerfern, dass die halt einfach gedrosselt werden, dass man einfach sagt, okay, so und so lang muss es halt. Guck, wie du das machst und dass man das da vielleicht auch machen kann oder dass man sagt, okay, hier, was weiß ich, alles, was von CD kommt in dem und dem Eingang, das soll halt mit der und der DB-Zahl rausgeschossen werden. Und der Rest, der halt live kommt über den Mikrofoneingang, soll halt in der höheren sein, um da wirklich das Maximum an der Batterie halt einfach rauszuziehen. Ja. Wie gesagt, werde ich sehen. Ja, wenn nicht, habt ihr es hier zuerst gehört, könnt ihr mitschreien. Bing, bing. Entwickelt das. Ich nehme es als Erster zum Test. Genau. Ja, aber obwohl es angespannte, seltsame Zeiten sind, gibt es ja auch Neugründungen. Genau, also das ist, das finde ich auch faszinierend. Wie gesagt, das hatten wir im letzten Podcast, in der letzten Podcast-Folge oder in der vorletzten ja auch schon kurz thematisiert, dass wir in unserer Jubiläumsausgabe 321 über Firmengründung ein Interview hatten. Und da hatte ich mich mit Matt Finke von Stops & Mobs unterhalten, der quasi in Pandemie-Zeiten eine neue Firma gegründet hat. Und wie gesagt, man sieht das jetzt doch, na nicht häufiger, aber zumindest gibt es neue Firmen, die es vorher noch nicht gab, wie zum Beispiel auch Rocks Lighting, R-O-X-X, wo ich glaube, das neue Produkt schon präsentiert wurde. Wenn ich mich recht entsinne, ist glaube ich Verkaufsstadt jetzt irgendwann ab Mai. Auch da werden wir eine Test-Unit bekommen und uns das Ganze mal angucken. Wie gesagt, aber auch da wurde quasi eine Firma neu gegründet, um ein neues Produkt zu präsentieren. Wir haben im letzten Jahr auch schon Firmen gehabt, die sich mehr oder weniger getrennt haben. Also Hayspace zum Beispiel ist da ja ein Beispiel, die mit ihrem langjährigen Produzenten auseinandergegangen sind und jetzt ihre Nebelmaschinen und Hazer in Eigenregie entwickeln und produzieren. Wie gesagt, auch das ist natürlich in Pandemie-Zeiten ein Schritt, den muss man erstmal wagen, aber auf der anderen Seite ja, warum nicht? Also ich habe in letzter Zeit auch wirklich mit vielen Leuten telefoniert und es gibt noch genügend Unternehmen, die auch gute Auftragsbücher haben, die immer noch gut zu tun haben. Und auch die brauchen natürlich Equipment und das ist, wie gesagt, ich denke, es ist alles, kann auch alles eine Chance sein. Also warum soll so eine Zeit wie jetzt alles niedermachen, sage ich jetzt mal und alle Pläne durchkreuzen? Wie gesagt, ich glaube, es kann auch eine Chance sein, gerade jetzt in der Zeit eine neue Firma zu gründen, weil man vielleicht dadurch auch einfach noch mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil es doch was Besonderes ist und weil die Leute jetzt zur Zeit halt sich noch mehr über Fachmedien wie den Event-Rookie oder über einen Podcast wie unseren oder über unsere Webseite informieren und da halt sehen, hey, cool, da gibt es was Neues. Das gucke ich mir jetzt mal an, weil jetzt hat man vielleicht auch noch die Zeit, irgendwann, wenn, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, das normale Geschäft wieder losgeht, dann ist vielleicht auch die Zeit einfach nicht mehr da, sich mit neuen Produkten, neuen Firmen und so weit auseinanderzusetzen. Im Volle von Rocks sind es aber auch keine kompletten Newcomer-No-Names, die da gegründet haben. Ne, genau, also am Ende des Tages, wenn man sich anguckt, wer da gegründet hat, nämlich Michael Herweg, Thorsten Sattler und die dritte Person, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Daniel Garcia. Ja, genau, so, okay, da merkt man zumindest, dass das irgendwie sehr, sehr stark nach SGM Deutschland klingt, das ist nämlich so, weil die ersten beiden genannten sind ja die Geschäftsführer von SGM Deutschland. Wie gesagt, das sind jetzt keine kompletten Newbies und Rookies im Lichtbereich beziehungsweise im Firmenbereich, aber trotzdem muss man natürlich erstmal eine neue Marke und neue Produkte an den Mann bringen. Und ich sage jetzt mal ganz doof gesagt, den Arsch in der Hose haben, das in der jetzigen Zeit zu machen. Aber wie gesagt, es sind alles kluge Leute, die, glaube ich, wissen, was sie machen. Und ich kann das nur befürworten und die Leute dazu ermutigen, jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ach nee, jetzt gerade, ich habe zwar eine gute Idee, aber ich mache es nicht. Wie gesagt, vielleicht ist jetzt gerade die Zeit, genau das zu machen, was man sich überlegt hat und machen will. So, und dann gibt es noch eine Kategorie, die natürlich auch nicht pandemie-exklusiv ist, aber die vielleicht auch durch die Pandemie bestärkt wird, nämlich Firmenübernahmen. Genau. Also wir haben da ein konkretes Beispiel, das Neutrik Conex geschluckt hat zum Beispiel. Genau, Conex dürfte sehr, sehr vielen Menschen auch ein Begriff sein im Bereich der Kabelverbinder und im Bereich der Leitungen, Kabel und so weiter. Neutrik, ich glaube, darüber müssen wir nicht mehr viel sagen, das ist quasi so der Global Player im, nicht Kabelbereich, aber im Steckerbereich. Genau, und da haben wir, ich glaube, das war Mitte oder Anfang März ungefähr die Meldung erhalten, dass da quasi von Neutrik Conex geschluckt wurde. Und wie gesagt, das kann natürlich, wie du schon sagtest, auch in der Pandemie ja eine Möglichkeit sein, dass da Firmen sich zusammentun, dass die eine Firma von einer Größeren aufgekauft wird, geschluckt wird. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht, wie gesagt, das muss auch irgendwo jeder ein bisschen für sich entscheiden, aber ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt den ein oder anderen oder das ein oder andere Unternehmen gibt, was jetzt gerade so ein bisschen in Schieflage geraten ist. Und da macht es natürlich für ein großes Unternehmen, was vielleicht einfach über mehr liquide Mittel verfügt, das Ganze ein bisschen einfacher, da vielleicht irgendwie einen Mitbewerber oder irgendjemanden zu schlucken, der gut ins Portfolio passt. Mir fällt da gerade ein konkretes Beispiel an, wo ich aber nicht weiß, ob wir rechtlich die Namen nennen dürfen, deswegen deute ich es nur an, aber es ist auch in der Pandemie passiert. Wir hatten ein Test-Device und der Test erschien nicht, weil in der Zwischenzeit der Newcomer, der während oder kurz vor der Pandemie gegründet wurde, von einem größeren Player gekauft wurde und damit der Test hinfällig war, weil dieses Produkt in der Form, wie wir es getestet haben, nicht erscheinen wird. Ja, genau. Also das ist, wie gesagt, das wird es wahrscheinlich auch jetzt in naher Zukunft noch das ein oder andere Mal geben. Ich meine, man hat es auch vor der Pandemie immer mal wieder erlebt. Ich meine, gerade die Hamann-Gruppe, also der Hamann-Konzern hat ja wirklich viele, viele Unternehmen in den letzten Jahren irgendwie einverleibt und geschluckt, wie auch immer, oder mit in sein Portfolio genommen. Sei es Martin Professional oder, ja, ich weiß gar nicht, wen sind noch alles. JBL ist ja auch mittlerweile bei der Hamann-Gruppe. Und natürlich kommt das vor, aber wie gesagt, und das ist wieder das, wo ich sage, Chance und nicht Chance. Es ist jetzt in Pandemiezeiten fällt es natürlich irgendwo ein bisschen mehr auf, weil man selber, wenn man so eine News sieht, sich natürlich denkt, Ah, naja, okay, dann ging es dem einen bestimmt nicht gut, also wurde der geschluckt. Wie gesagt, muss manchmal gar nicht daran liegen. Manchmal, wie gesagt, ist es auch einfach nur, dass das Produkt halt einfach besser ins Portfolio des anderen passt. Aber es fällt halt einfach in Pandemiezeiten deutlich stärker auf. Und wie gesagt, es kann aber auch eine Chance für alle beide sein, weil wie gesagt, wenn so ein kleineres Unternehmen trotzdem ein paar Mitarbeiter hat und wirklich, ich sage jetzt mal, Liquiditätsprobleme hat, bevor die Leute entlassen werden, ist es vielleicht auch ganz gut, wenn es dann einfach von einem Größeren übernommen wird und die Leute trotzdem ihre Arbeitsplätze behalten. Und ich sage mal, die Qualität wird darunter meistens nicht leiden, also im häufigsten Fall zumindest. Ja, aber wie du sagst, man betrachtet halt manche Dinge einfach mit anderen Augen. Generell, also der Blick auf die Welt ist durch die Pandemie ja ein anderer geworden. Plötzlich macht man sich darüber Gedanken. Ist es sinnvoll, dass ein Restaurant aufmacht? Ist es sinnvoll, dass der Tätowierer nicht aufmacht? Warum gibt es Fördergelde für die Firma und für die Branche vielleicht nicht? Also es ist ganz komisch, wie die Wahrnehmung sich verändert hat in den letzten Monaten und Jahren. Ja, definitiv. Nee, das muss ich auch sagen. Also wie gesagt, da merkt man auch wirklich, dass die Psyche des Menschen halt auch wirklich, ich sage jetzt mal, also nicht festgeschrieben ist oder irgendwas, sondern dass man da wirklich halt, ja, sich über neue Dinge Gedanken macht, dass man plötzlich ganz anders teilweise auch über Sachen denkt. Und ja, wie gesagt, auch da, und da kommen wir wieder auf das Thema Neuheit ein bisschen zu sprechen, wie gesagt, hätte jetzt im letzten oder im vorletzten Jahr 2019, ja, vor einer Messe irgendjemand oder im Frühjahr irgendjemand halt einen neuen Scheinwerfer, Lautsprecher, irgendwas vorgestellt, ja, dann wäre es so gewesen. Alles ist cool. Jetzt mittlerweile, wie gesagt, guckt man halt und denkt sich, wow, cool, hey, mal wieder was Neues. Das ist aber fetzig und das möchte ich auf jeden Fall irgendwie mal mir angucken. Man guckt, wie gesagt, ganz anders drauf und nimmt es halt auch ganz, ganz anders wahr. Also, wie gesagt, kann gut sein, kann schlecht sein, wie auch immer. Ich bin echt froh darüber, dass es jetzt wieder so ein bisschen in Fahrt kommt, dass wirklich neue Produkte präsentiert werden, egal ob im Audio oder im Lichtbereich und natürlich auch im Videobereich, weil der ist jetzt gerade ja wirklich, ja, schwimmt halt ganz oben auf einer Welle durch die ganzen Streaming-Geschichten und so weiter. Da macht es natürlich schon Spaß, wenn man da auch einfach mal neue Videoprodukte testen kann und das erlebt. Und deswegen finde ich auch wirklich so dieses Neuheiten-Sonderheft eigentlich ganz, ganz spannend, auch für unsere Leser, einfach mal so durchzublättern und zu gucken, hey, was gibt es denn Neues? Welche Firmen, welche Produkte, was haben die Leute zu präsentieren? Vielleicht auch welche neuen Referenzen. Manche, die da quasi in der News vorgestellt werden in dem Heft, haben auch Referenzen zu präsentieren, wo sie sagen, hey, die Produktion oder das und das haben wir gemacht. Und das ist halt auch ganz cool, weil es ist nicht so, dass jetzt hier die ganze komplette Welt stillsteht und auch die Veranstaltungsbranche. Wie gesagt, natürlich ist es weit weg von der Normalität, aber es ist auch nicht so, dass überhaupt gar nichts passiert, sondern es gibt immer noch viele Dinge, die ringsherum passieren. Und da ist, finde ich persönlich, so ein Heft wie das Neuheiten-Sonderheft echt ganz cool, weil man da halt alles so geballt in einem Heft zusammen hat. Ja, gerade wenn halt auch die Messen wegfallen, weil es heißt immer, ja, die Veranstaltungsbranche, das ist schon familiär und jeder kennt jeden. Aber also ich mochte es auch immer, durch die Messehallen zu gehen und dann vielleicht das zu entdecken, was mich überrascht, was ich vorher nicht auf dem Schirm hatte. Und es ist ja irgendwie auch so ein bisschen unsere Verpflichtung zu graben und Neuheiten zu finden. Und ja, es ist familiär, aber es ist halt auch wichtig, immer zu gucken, was gibt es denn Neues. Manches sind so kurze Feuer, die dann wieder erlischen, aber manches ist halt auch einfach verändernd und erweiternd. Und es ist immer ganz spannend, finde ich, sich sowas zu erschließen und einfach ein bisschen am Puls zu bleiben. Ja, ja, definitiv. Also ich meine, wie du schon sagtest, na klar ist es irgendwo für uns als Fachmagazin oder das führende Fachmagazin in der Veranstaltungstechnik wichtig und auch, ja, das wird von uns vorausgesetzt, dass wir da natürlich schauen, dass wir die Neuheiten entdecken, dass wir darüber berichten, dass wir die darstellen und so weiter. Aber trotzdem ist es natürlich auch bei uns so, dass wir jetzt nicht alles vielleicht auf dem Schirm haben oder nicht alles irgendwie auch mitbekommen. Und da, wie du schon sagtest, war das natürlich immer cool, wenn man über eine Messe gelaufen ist und man hat da einen Hersteller gesehen, mit dem man vielleicht vorher noch nicht wirklich viel zu tun hatte und hat dann gesehen, wow, der hat ja ein cooles Produkt jetzt irgendwie hier vorgestellt. Habe ich wirklich vorher noch gar nicht gehört. Und dann kann man da natürlich in einem Heft oder im Podcast oder auf der Webseite drauf eingehen. Das fällt jetzt natürlich weg, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass dann die Hersteller und Vertriebe auch gerne natürlich so ein Heft wie unser Neuheitenheft nutzen, um, wie gesagt, dadurch wenigstens die Branche zu erreichen und auf ihre Produkte aufmerksam zu machen. Weil es gibt halt diese Messe nicht, wo man sich alle, wo sich alle zusammentreffen. Und da ist es natürlich super, dass man da, wie gesagt, geballt in einem Heft das Ganze präsentieren kann, was es so Neues gibt. Richtig. Wo gab es das nochmal? Das gab es, glaube ich, lass mich überlegen, unter www.lycro.de, kostenfrei als Download. Genau, guckt rein, ladet es euch runter und alles ist gut. Kostenfrei. Kostenfrei heißt übrigens 0 Euro. Niente nada. Ihr müsst zwar wirklich den Bestellprozess durchlaufen, aber wird nix, nix, ja, wie heißt es? Nix abgebucht. Becharged, berechnet. Genau. Sehr gut. Super. Ich glaube, da haben wir jetzt ein paar Neuheiten euch dargestellt. Wie gesagt, war wieder eine sehr kurzweilige, schöne Folge. Wie gesagt, guckt euch das Heft gerne mal an, kostet euch ja nichts. Und dann sagt uns gerne mal, was ihr so davon haltet. Genau. Super, dann danke fürs Zeitnehmen und wir hören uns demnächst wieder. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss. Ciao.